Kino, hast du noch einen Pflaster dabei? Nee, hab nichts falsch. Der ist Gerhard, immer noch hier. Wie weit seid ihr jetzt mit der Kohle? Wie gehts euch? Tut mir leid, ich musste weg. Die Frau in meinem Kopf hat Stress gemacht. Was haben sie jetzt gemacht? Weg ist später dort. Ich bin Österreicher, wir sperren Probleme in den Keller. Wow. Ans Bett gefressen und weiter... Gabs da nicht irgendwie einen, der mit dem Nachnamen Fritze hieß oder so? Ja, ja. Auf den hab ich angespielt, bei den kennen alle das. Naja, da gab es noch einen anderen Österreicher. Der hat sich selber dann irgendwann eingesperrt, volle Angst hatte. Ja, der größte Streich der Österreicher war Beethoven als Österreicher zu verkaufen und Hitler als Deutschen. Ja. Ey, wir wollten ihn nicht mal als Postkartenmaler, ne? Nur, nur dass wir es... Nur, dass wir es noch mal festhalten. Bei uns durfte er nicht mal Kunst studieren, ne? Und, und Kunst studieren kann bei uns jeder Vollidioten, der, der Abitur hat. Und die Vollidioten kommen bei uns an die Macht. Genau. Man könnte fast meinen, man könnte fast... Ne, wir haben nur hübsche Frauen. Und unsere Berge hält nicht. Kann ich sehen, dass Gerhard grad auch spricht? Ja, du Eumel, ich spreche. Manfred. Sprech grad über deine Mutti. Zeit! Also über deine Landesmutti. Also über deine Landesmutti. Mach mal ein Powernap, du Nigger. Du sollst mal ein Powernap machen, du Nigger, sagt er. Ja, ähm... Ja, schreit das N-Wort noch mehr durch die Landschaft. Also ich... A, würde ich kein Powernap machen, sie sind ein paar Minuten unterwegs. Äh... Hört der mich, oder was? Die Engel haben Hose und... Ne, einreisen, einreisen, ging, ging superschnell. Ja, ging superschnell bei ihnen? Okay. Achso. Ja, ist ein Snickers. Vielleicht bist du dann keine Diebe mehr. Dann bist du dann away. Und das N-Wort ist nicht gleich ein N-Wort, wenn es ein schwarzer sagt. Merken wir uns das, ne? Ein schwarzer zum anderen schwarzer ist okay. Minute. Bis dann. Wow. Wof, h웠 sie nicht mehr. Wof. 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 Wie kommt das jetzt? Wof. Wof.